Riesenapplaus für den nächsten Künstler, Jan König! Hallo, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Ein Gutes Buch. Das fand ich sehr clever und auf der Fahrt hier habe ich ein Schild gesehen, da stand Essen ist die grüne Hauptstadt Europas und da dachte ich, wie geil, mache ich einen Text über den Wald und ich muss eine Sache noch vorher sagen, ich bin Sozialarbeiter, dann wirkt es nicht so gruselig, wenn ich gleich mit 14 Kindern im Wald stehe. Text heißt Wald Thing, da stehen immer ein paar, paar nicht. Zwischen dichten Fichten, über mannshohen Tannen, wo Spinnen Gespinste in die Astgabel spannen, spielen Hase und Rehkitz, Bache und Keiler, zwischen Moos und Gewächswiese und Weiler, Spächte, Moos und Gruselgeschichten für die Mäuse, der Boden ist voll Leben, die Blätter voll Läuse, Vögel zwitschern, in der Ferne grillt die Grille die Stimme des Waldes, schwingt dezent durch die Stille. Anna, Hassan, Meam, Leo, Fabian, Janzu, Dennis, Hongl, Justin, Albert, Katharina, Steve, komm mal her, durchzählen, 14, okay, los geht's. Ich bin auf Walderkundung mit 14 Grundschulkindern, damit die kleinen städtischen Smartphone-Profis mal was über die Natur lernen. Ich zeig auf eine Pflanze, na, wisst ihr, was das ist? Ein Baum, sagt Fabian, fast, sage ich, das ist eine Brennnessel. Au, sagt Dennis, der sie natürlich angefasst hat. Und wisst ihr, was das ist, frage ich, so schnell gebe ich nicht auf. Eine Brennnessel, antwortet Justin, fast. Das ist ein Ameisenhügel. Und was ist das für eine Pflanze, fragt Albert, das ist ein Stein. Ich hab auch einen Stein, sagt Steve. Nein, du hast Hundekot, leg das bitte wieder weg. Katharina hat einen Vogel getötet, ruft Hassan aufgeregt. Hab ich nicht, sagt Katharina, die gerade ein Selfie mit einer toten Amsel macht. Wusstet ihr, dass Tannenzapfen nach der Fibonacci-Folge angeordnet sind? Versuche ich nochmal mein Glück. Was sind Tannenzapfen? Wer hat die angeordnet? Was ist Fibonacci? Bevor ich antworten kann, meldet sich Mirjam. Mein Handy sagt, das sind Kiefernzapfen, weil Tannenzapfen wachsen nach oben und Kiefernzapfen nach unten. Mein Papa ist Kiefernorthopäde. Ruft Justin stolz. Ja, genau, und da hinten läuft ein Einhörnchen im Baum rauf, antworte ich. Die Kinder folgen neugierig meinem Blick. Mein Handy sagt, es gibt keine Einhörnchen, sagt Shanzu. Ihr packt jetzt mal alle eure Smartphones weg, sag ich. Aber ich hab so eine App, die kennt alle Pflanzennamen. Ja, schön für die App, aber ihr sollt das selbst wissen. Wieso? Mischt Albert sich ein. Weil vielleicht gibt's irgendwann keine Smartphones mehr. Erschrockene Blicke. Wieso? Fragt Hassan. Weiß ich nicht, vielleicht kollabiert die Weltwirtschaft und es gibt keinen Strom mehr. Sicher wegen Trump, meint Leo. Nein, nicht wegen Trump. Aber wieso denn dann? Das ist doch jetzt egal. Was machst du denn, wenn du im Wald bist und dein Akku ist leer? Ich hab ne Powerbank. Ruft Shanzu stolz. Ja, und die ist halt auch leer. Wieso bin ich im Wald? Fragt Mirjam. Vielleicht, weil Zombies in der Stadt sind, meint Fabian. Nein, es sind keine Zombies in der Stadt. Langsam verlieh ich die Geduld. Warum sind wir dann im Wald? Fragt Mirjam wieder. Weil euch jemand ausgesetzt hat. Das ist Pädagogik. Aber wer? Fragt Dennis ja irgendwer. Wieso? Fragt Fabian. Wegen Trump. Das stellt die Kinder zufrieden. Leo hebt sofort das Bonbonpapier auf. Aber ich leg ne Spur wie bei Hänsel und Gretel, damit wir zurückfinden. Hänsel und Gretel haben Brotgrum ausgelegt. Meine Mama sagt, Essen wirft mal nicht weg. Sagt Hassan. Außerdem, holt Leo aus, haben die Vögel das Brot gefressen. Wenn sie Müll ausgelegt hätten, wären sie nicht verloren gegangen. Das ist ein bisschen dumm und ein bisschen schlau. Schaut doch mal, was für Tiere ihr hier im Wald finden könnt. Ich hab nen Vogel, sagt Katharina. Hier sind Spinnen, sagt Hassan. Iiii, sagt Katharina. Songgül entdeckt eine Schnecke. Schau mal, Dennis, sogar die Schnecke hat ein Haus. Und ihr habt nur ne Wohnung. Durchzählen. Rufe ich, um die Situation zu retten. 15. Hä? Wer bist du denn? Vor mir steht ein kleiner, neugieriger Junge. Max, sagt er fröhlich. Herr König, lebt Max hier im Wald? Fragt Justin. Ja, antworte ich. Und wo sind seine Eltern? Die sind weg. Max weint. Vielleicht sollten sie mal seine Eltern anrufen, Herr König. Ja, gute Idee, aber mein Akku ist leer. Hast du keine Powerbank? Nein, ich habe keine Powerbank. Haben deine Eltern nicht auch im Wald ausgesetzt, Herr König? Nein, das haben sie nicht. Die Eltern von Max kommen vorbei, schnappen sich ihren völlig verstörten Sohn und gehen kopfschüttelnd weiter. Wisst ihr, sag ich zu den Kindern, die Natur ist sowas wie die Powerbank von uns Menschen. Kann man mit Natur sein Handy laden? Nein. Ich mein das metaphorisch. Leere Blicke. Das ist ein Bild. Mein Handy sagt, das ist ein Baum. Die Natur gibt uns Kraft und Energie und Sauerstoff. Wir brauchen die Natur wie das Handy die Powerbank. Kurzes Schweigen. Was ist mit den Tieren? Fragt Zongel. Ja, was soll denn mit den Tieren sein? Ist die Natur für die Tiere auch eine Powerbank? Ja. Die Natur ist für alle eine Powerbank. Nicht für meinen Vogel, der ist tot. Sagt Katharina. Aber auch der ist Teil vom natürlichen Kreislauf. Ein Tier, das stirbt, wird von anderen Tieren gegessen, die dann weiterleben und einen Beitrag leisten. Ich glaube, wir sind auch im Kreis gelaufen. Sagt Leo. Hier liegt ein Bonbonpapier. Ah nö. Ist gar nicht meins. Vielleicht hat jemand anders auch eine Spur gelegt. Meint Albert. Nein, sage ich, das ist einfach nur Müll, den irgendwer in den Wald geworfen hat. Und wieso machen die Leute das, Herr König? Ja, weil sie nicht nachdenken. Ist doch voll dumm. Also ich passe auf meine Powerbank immer gut auf. Haben die keinen, Herr König, den das verbietet, Herr König? Nein, das haben sie nicht. Können wir bitte aufräumen, Herr König? Ja, von mir aus. Darf ich meinen Vogel mit nach Hause nehmen, Herr König? Auf gar keinen Fall. Zwischen dichten Fichten über mannshohen Tannen fangen die Kinder an, den Müll einzusammeln. Neugierig gehen wir dann noch etwas weiter über Moos und Gewächswiese und Weiler. Spechte, morsen Gruselgeschichten für die Kleinen, die ohne App und Smartphone so richtig glücklich scheinen. Vögel zwitschern, in der Ferne lachen die Bachen. Die Natur ist perfekt, wenn wir sie nicht kaputt machen. Dankeschön.